Ich lerne Deutsch. Nummer 15801 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Genau das meine ich. Eine neue Website hat viele Vorteile. Du solltest sie nutzen. Genau das meine ich. Eine neue Website hat viele Vorteile. Du solltest sie nutzen. Genau das meine ich. Eine neue Website hat viele Vorteile. Du solltest sie nutzen. Ich hoffe, dass ich den Auftrag bekomme, die neue Hautcreme zu bewerben. Die Konkurrenz ist groß. Ich hoffe, dass ich den Auftrag bekomme, die neue Hautcreme zu bewerben. Die Konkurrenz ist groß. Ich hoffe, dass ich den Auftrag bekomme, die neue Hautcreme zu bewerben. Die Konkurrenz ist groß. Der Philosoph macht sich Gedanken über eine gerechte Ordnung der Welt. Der Philosoph macht sich Gedanken über eine gerechte Ordnung der Welt. Der Philosoph macht sich Gedanken über eine gerechte Ordnung der Welt. Ich kann aufhören zu denken, dass ich nicht genug tue und meinen eigenen Wert erkennen. Das menschliche Skelett hat bei der Geburt etwa 270 Knochen, im Erwachsenenalter nur noch 206. Die Knochen wachsen im Laufe der Zeit zusammen. Es ist Zeit für Weihnachtseinkäufe, denn draußen wird es langsam kalt. Man kann mir vertrauen. Man kann mir vertrauen. Ich werde alle notwendigen Arbeiten erledigen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich werde die Knochen in der Knochen in der Knochen in der Knochen in der Knochen.